So, jetzt sind wir wieder da. Also, ganz entspannte V-Bucks-Mission auf Stufe 9, mal nach langer Zeit. Derzeit sind eh die V-Bucks-Missionen sehr wenig dran. Wundert euch nicht, wenn ich mit irgendeinem rede. An wem liegt das? Das liegt daran, dass ich immer wieder live bin auf Twitch. Einfach YT-Family-Hack oder sucht einfach bei Twitch-Family-Hack, ihr werdet mich eh finden. In dem Sinne würde ich sagen, geh mal rein, hol uns die V-Bucks ab. Dann kriege ich nochmal 60 V-Bucks, dafür, dass ich heute drei Missionen heute gemacht habe. Oh Gott, was war denn jetzt für ein? Ist denn heute Morgen los? Du, Wasser-Sumper, ich dachte, das wäre ja gar nicht ein Sprachchat gewesen. Ne, mein Sohn, der ist ja 18. Mein Sohn ist bei seinem Kumpel, die wollten Fortnite spielen. Jo. Der hat nicht geguckt, ob ich dran bin. So, einmal ganz entspannt Atlas suchen. Irgendein Höhe, ich höre mich immer bei irgendeinem. Hallo? Ich weiß nicht, warum spielt man mit Boxen und dann Sprachausgabe über die Boxen? Hallo? Hallo? Wieso hörst du den Sound über Boxen? Nein. Ich sag, nein. Ich sag, ja. Oh, das wird ein lustiges Video für YouTube. Ich weiß es jetzt schon. Kann nun lustig werden. Und der Follower-Bot-Rendleiter. Ich verstehe. Ja, nein, nein, nein. Doch. Ich guter Mann. Dohre, mich für Salasi. Was für ein Salasi? Hallo? Salasi? Da lacht er. Sagt Salasi und dann war es das Video. Ja, das Bocken hört nicht auf. Ich weiß auch nicht, warum der blöd sind soll. Was hat er denn hier vor? Oh, ihr müsst hier nichts bauen. Alpha einbauen, fertig. Oh Gott. Ich liebe immer die kleinen Missionen. Na doch, Stocky-Bots haben jetzt mal aufgehört. Das heißt, dass ich gleich wieder schön... Oh, nice. Nice, 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 nice. Thank you. Thank you. Vor allem, das ist noch nicht mal der Account, wo YouTube oder Twitch im Namen ist. Bin ganz entspannt. Ach, nee, nee. Und ich hasse diese Follower-Bots, gell? Und warum ist das zur Zeit wieder so schlimm auf Twitch? War eigentlich jetzt voll lange Ruhe. Ja, das Problem ist, ich darf dann gleich wieder die Alurts wieder neu einfügen. Gut, das sind fünf Klicks für mich. Oh, was macht der denn? Geht der spazieren, oder was? Warum baut der denn so viel? Wofür? Der macht die Mission schwerer, als er sein muss. Weil dadurch sind die Gegner viel weiter weg. Ja, ist ja wirklich so. Die Follower-Bots kosten ja Geld. Weshalb? Ich glaube, 100 Follower, keine Ahnung. Jetzt ist was es kostet. Ähm. Du hast ja wirklich nichts davon. Im Geilsten sind aber die, die Zuschauer botten, ne? Das sind die schlimmsten. Oh, du merkst, im Chat redet kein Mensch. Oh, derzeit ist so laut. Im Chat redet kein Mensch, aber 110 Zuschauer. Dann guckst du in die Zuschauerliste, stehen drei. Das sind halt wirklich die allerschlimmsten. Ich kann das nicht haben, ja, weil die da drunter sind. So, und derzeit kann ich eigentlich ganz entspannt wieder meine Alerts einfügen. Zack, gehen wir auf TP-Stream. Dashboard. In die Alertbox. In die Alertbox rein. Land, Code kopieren. Hey. Weil du musst sie komplett einmal rauslöschen, ansonsten läuft der Quatsch halt eine halbe Stunde. So lange halt, wie viele Bots waren es wieder? Ja, das waren 1000 Follower. 1000 Follower, die einfach geportet waren. So dumm. Nein. Bing, 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 bing. Ja, warum? Weil ich glaube, ich möchte da auch da hochgeben. Der Team Matti hat auch noch irgendwelche Stürm. So, gerade das Ganze nochmal in die Szene mit rein. So, Alerts sind wieder da. Bam, 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 bam. Ja, das war eh nichts. Schleuderabfahrt schülen seine Coinsie überdoppelt. Okay. Okay. Ganz, ich sag nein! Hey Nils! So machst du es ganz! Mirosch, alles gut bei dir! Hey Nils, du lebst auch noch! Kommen die letzten Überlebenden rein? Ja, ich lebe in Nürnberg! Was? Nürnberg? Nürnberg? Ja, ja, Nürnberg! Ein Nürnberg! Ein Nürnberg! Nein, nein! Berg! In einem Berg! Auf dem Berg? Ich sprache Deutsch! Ne, du sprach! Ne, du redest kein Deutsch seit zwölf Jahren! Ah, nein, nein, nein! Hasch, hasch, hasch! Was für Hasch! Du bist Narzisst! Ich bin Narzisst! Ich glaube, du weißt gar nicht, was ein Narzisst ist! Tag! Ja, ja! Ah! Oder meinst du Nazi? Nazik? Oh Mann, ey, warum? Nein, pardon, pardon! Und was für Pardon? Ich denke, du redest Deutsch! Pardon ist für... Ah! Dankeschön! Dankeschön! Pardon heißt doch nicht Dankeschön! Ah! Excuse me! Excuse me! No! Na, 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 na! Na, na, na! Ah! Entschuldigung! 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 oder die stadt essen ich esse schweine ich bin veganer was heißt denn pflanze was heißt denn pflanze was nicht verstehe Nee, ich dich nicht verstehe. Ich nix gut deutsch. Deutsch gut, aber Englisch satt. Oh Gott. Deutsch nicht gut, Englisch ganz schlecht. Eine Katastrophe. Okay. Hey Mirage, was ist da los? Okay, have a good day. Ja, have a better day. Ah ja, I will have a better day. Yes. So Leute findet man nur in Rette die Welt. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen, schönes Wochenende. Have good luck. Choose Nazi. Ich bin kein Narzisst. Das ist Nazi, was du meinst. Nicht Narzisst. Nee, aber die sind Narzisst. Jetzt schloss es genauso an. Oh Mann. Wieder zurück zum Thema. Wir sind ja wegen der Wibux-Missionen eigentlich hier. Also erstmal ganz entspannt, mal XP mit holen. Fat Royale, man kennt es. So, was haben wir noch bekommen? Tak, 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 tak. Entdecker. Da ist es. Einmal 60 XP. Ja, noch 60 Wibux. Denn dann haben wir nochmal 25 für die Wibux-Missionen. Babababam. Zack. 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 Die Skizze noch. Immer denkt dran. Falls ihr noch nicht so weit seid, guckt immer hier in die Forschung. Denkt dran. Überlebendes. Immer schön gucken. Kann man leveln. Kann ich hier noch irgendwas leveln. Stopp den hier. Zack. Nein. Zu wenig. Geben wir hinten hin. Haben wir noch einen kleinen. Immer schön. So steigert ihr euer Level. Das war der Crashkurs in Rette die Welt. Also in dem Sinne. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games etc. Kommt gerne auf Twitch vorbei. Einfach suchen unter Family Hack. In dem Sinne würde ich sagen, bin ich wieder raus. Und haut rein. Das ist wichtig. Wir lassen uns wieder auf die Wisconsin vor.